Meine Tochter ging damals zur Schule und ist nicht religiös. Ihre Freundin war Muslimin, die andere Freundin war Christin. Wieder eine hatte wie sie keine Religion. Und dann lernten die Christen die Lehren des Islam kennen. Und die Musliminnen und Muslime lernten die Lehren des Christentums kennen. Und meine Tochter lernte alle diese Lehren kennen, auch noch des Jüdischen. Da hatten sie allerdings kein Kind in der Klasse. Und das machte sie toleranter. Das ist der Witz dabei.